Was ist die Schengen-Regel? Was ist die Schengen-Regel? Das ist ein ganz entscheidender Baustein der Aufgabe eigener Souveränität und wiederum hin zu einem Einheits-Europa, wo die Kommission letztlich auch über die Grenzkontrollen eines Mitgliedslandes entscheidet. Das halte ich für gefährlich. Die Sicherheit eines Landes ist damit nicht gewährleistet. Und diese ganze blöde Gerede, dass man damit die Reisefreiheit der Bürger garantiert, ist Unsinn. Wir haben auch vorher frei reisen können, bevor es die Europäische Union gegeben hat. Wir haben frei reisen können, solange es Grenzkontrollen gegeben hat. Und man konnte sich trotz jeder Grenzkontrolle in Europa frei bewegen. Also einen derartigen Unsinn, den Menschen nach wie vor zu verzapfen, heißt ja wirklich, die Menschen für sehr dumm zu halten. In manchen Ländern muss man ja sowieso einen Ausweis mit sich führen, egal ob man kontrolliert wird. Überall, wo ich reise, muss ich selbstverständlich einen Pass dabei haben. Und wenn ich ihn schon nicht beim Zoll vorweisen muss, dann muss ich ihn spätestens beim Schalter, wenn ich einchecke, vorweisen. Also so zu tun, als ob da jetzt die Menschen dann eingesperrt würden in ihren Staaten, wenn man Grenzkontrollen einführt. Das ist wirklich, man hält wirklich die Menschen für sehr, sehr dumm. Und bei einem Teil davon mag das durchaus verfangern, dass man mit diesen dummen Argumenten durchkommt. Aber ich glaube, dass zunehmend weniger Leute sich diese dummen Argumente gefallen lassen. In den Beschlüssen spricht man davon, dass die Kommission evaluieren soll, wenn sie konsultiert wird vor den Grenzkontrollen. Ist das jetzt nur eine Evaluierung oder ist die Kommission tatsächlich bemächtigt zu entscheiden? Nein, nein, die sind bemächtigt zu entscheiden. Das heißt also, die evaluieren zunächst einmal, ob überhaupt ein entsprechendes Gefährdungspotenzial für die öffentliche Sicherheit des betreffenden Landes vorliegt. Und dann entscheidet der Rat darüber, ob das zulässig ist oder nicht. Das ist bereits die Delegation der Entscheidung von der souveränen staatlichen Ebene auf die supranationale Ebene der Europäischen Union.